Hallo, heute erkläre ich euch, wie ihr eure Schuhgröße richtig ermittelt. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Papier, ein Stift und ein Maßband oder Lineal. Ihr stellt euch auf euer Papier, sucht euch einen Anschlag, wo er mit der Ferse ansteht. Wenn ihr so gelenkig seid wie ich, sucht euch einfach einen Helfer, der euch schnell euren Fuß nachzeichnet und fahrt dann einmal mit dem Stift drumherum. Wenn ihr euren Fußabdruck habt, kann ich jetzt eigentlich messen und zwar von ganz hinten bis zur längsten Stelle im Fuß. Bei mir ist es der große Zeh, muss nicht so sein. Da hätte ich jetzt 26 Zentimeter. Hierzu addiert ihr noch eine Zugabe, um die nötige Innenlänge der Schuhe zu bestimmen. Bei Berg- und Wanderschuhen empfehlen wir vorne 1,5 Zentimeter Spielraum, bei Freizeitschuhen reicht 1 Zentimeter. Um herauszufinden, welche Schuhgröße ich brauche, schaue ich bei bergzeit.de nach der Größentabelle, die ihr immer rechts neben dem Artikel findet. Und hier sehe ich meine Fußlänge, das waren bei mir 26 Zentimeter und links daneben die Innenlänge des Schuhs, also 26 Zentimeter plus 1,5 Zentimeter Zugabe, damit der Fuß Platz hat, wenn er zum Beispiel anschwillt. Ganz links finde ich dann die passende Größe, bei mir wären das aufgerundet 41,5. Aber aufgepasst, die Größentabellen können sich je nach Hersteller unterscheiden. Wenn ihr nicht wisst, welcher Fuß bei euch der größere ist, dann messt am besten in der Methode beide Füße, weil fast immer ist ein Fuß der linke oder der rechte größer und nach dem richtet man sich dann. Wegen dem Wachstum bei Kinderfüßen addiert ihr, wenn ihr Kinderschuhe kauft, einfach 1,5 Zentimeter dazu. Neue Schuhe sind da, ich schaue gleich mal, ob es passt bei mir von der Sohle. Also die Sohle kann man eigentlich fast immer rausnehmen. Ich stelle mich nochmal drauf, ganz hinten anstehen lassen und dann richtig belasten. Und jetzt habe ich bei diesem Freizeitschuh idealerweise vorne meinen Zentimeter. Schaut ganz gut aus. Wenn euch unser Video gefallen hat, abonniert doch einfach unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr noch weitere interessante Videos. als ein Bis zum nächsten Mal.